Jo meine Bratans, heute sind wir am Start mit Tizona, Freispiel auf 2€. Mal gucken, ob es was schönes gibt. Nicht vergessen, Video Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Und kommt auch in unsere Livestreams immer Dienstag, Donnerstag, Sonntag um 20 Uhr hier bei YouTube und auch auf Twitch. Amen! Ein paar mehr Schwerter wäre nicht schlecht, das ist schon mal ganz gut. Ah, okay, okay, 5K, immerhin, ist schon mal was. Als nächstes 3 Wilds, also wenn da auf der vierten Walz was Gutes kommt, kann man gut was gewinnen. Ah, ja, war ja klar, Freispielsymbol, das stört er jetzt ganz schön. Ah, ja, war ja klar. Komm schon, jetzt eine Verlängerung, das wäre geil. Komm schon. Ah, schade, schade. Na immerhin, 170 Euro, das geht. Also, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Viele Freispiele sind ja am Start, aber bisher fehlen ein bisschen die Gewinne. Jetzt vielleicht mal ein bisschen was, aber die wälzt das jetzt leider auch nicht. Na, komm schon. Ah, okay. Ah, blöd, dass die 10 dahinter ist. 10 und A. Schade. Aber gutes Bild mit den drei Schwerdern hätte er auch mehr geben können. 1. 2. 3. 8. 10. 10. 11. 11. 10. 11. 12. 13. 15. wieder genau 170 geiles bild geiles bild 200 euro nicht schlecht guter gewinn so die letzten freispiele waren ja nicht das wahre nur 170 euro das kann nur besser werden mal gucken er rüstet ja schon mal ganz gut auf verlängerung wäre aber nicht schlecht die fehlt noch krass okay sehr schön vier könige vier könige ist schon mal sehr gut sehr schön und es bleiben ja auch die wales also der nächste rung könnte wieder was gutes kommen ich sag's ja sehr schön fünf von den handschuhen ja jetzt läuft das müssen jetzt die besten freispiele sein heute und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, immerhin. Immerhin. Es häuft sich ein bisschen. Mal gucken, ob er noch was Schönes gibt. Nee, schade, das war's. Aber trotzdem, über 500 Euro, das sind gute Freispiele. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020